Musik Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stick It To The Man Ich heiße Stopfer15344 und wir spielen nun weiter So mal sehen Da bekommen wir jetzt unseren Sticker Und den verpassen wir ihm Und weiter sind wir Musik Nun Unser Freund Stiggy Heißt immer halt Ray Das ist schon mal gut zu wissen So Da sind drei von den Spackus Muss ich erstmal überlegen Ach genau Da können wir das gleiche wie oben machen Das heißt also Unseren Ray Oder dessen Bild Also diesen Sticker Ihn anheften Und dann Ja Ach Nein Was passiert wenn man Eine falsche Taste drückt Da wäre das ja Hä Warum passiert denn jetzt nichts Achso Ted war hier Alles klar Jetzt wissen wir Bescheid Ah The big chess match We won It was all thanks to teamwork Her chess smarts Combined with My enthusiasm for Whatever chess is Made us unstoppable This was a big moment For us as a couple Were you breastfed As a child Doctor We're here to talk about Chess Not feeding babies From someone's chest Ray I know you've got a hidden issue And I know we will Unnearther yet Nun wer weiß Was das für ein Problem ist Und wie man Merkt Wie man merkt Ray Feuert Aline an Ich glaube zumindest Das Aline ist Und wir hören uns mal jetzt Die Gedanken von Aline an Leider Habe ich es immer noch nicht Hinbekommen Dass man die Stimmen hört Aber Ich hoffe Dass in ein paar Parts Falls ja noch nicht das Aline Erreicht werden sollte Dass ich dann Die Stimmen endlich Hörbar machen kann Nun gut Da wir jetzt alle Gedanken gehört Beziehungsweise gelesen haben Können wir jetzt weiter gehen Hier müsste ich das Äh Richtig anpassen Glaube ich Weil nach der Größe Der Fläche zu urteilen Der wird dann Wenn ich den dahin mache Und weiter sind wir Rays Welt ist schon sehr Sehr lustig Und auch etwas seltsam Oh ich meine Except for the braces problem But like most problems We solved it by shaving her head High school was a weird time for me Yes yes Very interesting Wait Who is Ted? Ted? I I can't remember Ted Maybe It was the janitor Who Who wanted To be fired? Vielleicht finden wir das Ja noch raus Ich werde jetzt erstmal Die Gedanken von Seiner Freundin Lesen Alles klar Jetzt von Ray Oder von Sticky Wie ich es so Gern nenne Den kleinen Alles klar Dann gehen wir mal weiter Ah Finally We're finally Here What's this door? Behind it are my innermost secrets revealed My deepest Darkest shame Oh Even better This is the Washroom Ray Ah man Couldn't you have done that before? I don't want strangers Peeing in my brain Well It's a little late for that Also Good news I didn't pee Ah Man Now Here's the door With your innermost secrets Behind it By the ones Uns erwartet Hello Who's there? Haha You Home early? What the heck Is going on here? It's not what it looks like Oh my gosh I've never seen anything like this In 15 years of practice Disgusting And highly incurable This is amazing Uh Dr. Richards Please I'll hold Bob It's me Brom I've got a bad case Headin' your way Yeah Totally incurable Straight into the rubber room Yeah Hypnosis Yeah I'm still inside his head actually There's all these robots with their skin to Yes I know it's long distance Bob I'm good for it Anyway We're going to see you at golf next weekend Haha Yeah well Let's see your putting get out of that spot Nun Also Wir sind jetzt auch in einer Klapse Wie wir es gerade gemerkt haben Mal sehen Was uns dort erwartet Where Where am I Oh my god Is this an insane asylum That's crazy I'm not insane I've just got crazy stuff around me Plus the magic hand that lives in my head Well Maybe I'm a little crazy Ja vielleicht bist du aber Ein bisschen mehr als nur ein bisschen verrückt Ray Nun gut Wir werden erstmal die Gedanken von Ähm Dem Werter hier lesen Das ist echt interessant Also Vielleicht bekommt er ja Abwechslung Oder er sollte sich vielleicht einen Neuen Beruf Suchen Ne Ich werde jetzt erstmal hier den Sticker abziehen Wow Ja natürlich Eine Frau die Sich wie eine Spinne verhält Warum nicht Na gut Das ist Sticker to the man Was soll man da wahrscheinlich erwarten Ne Wir werden mal kurz die Gedanken von der jungen Frau lesen Alles klar Du bist ja schon in der Klapse Da kann man dir schon helfen Ah Also ich glaube ich weiß was zu tun ist Wir bekommen jetzt diesen Fliegen Sticker Und den können wir natürlich unseren kleinen Wärter geben Und das machen wir jetzt Genau du bist ja nicht so auffällig Ray Überhaupt nicht So nun werde ich erstmal gucken Da unten ist Dr. Egglesworth Ich will jetzt mal überlegen Wo wir als erstes hingehen Oh Oh natürlich Äh Du sahst ihn nicht Er schützt mich Er sagt so wunderschöne Dinge Such wunderschöne Dinge Mein imaginärer Freund ist mein imaginärer Fiend Mein eigenes Schlimm Und ich kann niemals erinnern Du kannst ihn nicht sehen Kannst du Kannst du Kannst du ihn erinnern Wir werden gleich mal sehen Ob wir diesen jungen Mann helfen können Mal gucken was uns erwartet Oh mein Gott Ein Hase Und was für ein Vieh Wir hören mal kurz zu Also bevor wir jetzt weiter zuhören Dann werde ich jetzt erstmal die Gedanken von Von unserem Freund lesen Tja Aber anscheinend ist er nicht eingebildet So wie wir ihn sehen können Mal sehen ob wir unserem Freund helfen können Damit wir weiter kommen Jetzt lese ich mal die Gedanken von Unser Freund hier Wir werden dir schon eine Tasse Tee besorgen Falls es hier überhaupt Tee gibt Alles klar Also wir können davon ja nichts nehmen Ich werde mal zu der Schwester gehen Vielleicht Bekommen wir da etwas Nein Ja natürlich Eigentlich wollte ich Die Schwester benutzen Um Vielleicht Oh ja natürlich Nein 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 Nicht schon wieder Nicht schon wieder Jetzt war sie natürlich wieder weiter unten Ich bin Also die Schwester ist also auch müde Das heißt So jetzt haben wir sie schlafen gelegt Mal gucken Was uns da ganz unten erwartet Falls es nicht schon wieder ein Fehler war Ah Das nehmen wir mal mit Na natürlich funktioniert es da nicht Gehen wir mal nach oben So ich gebe es gleich nochmal Der äh Jungen Schwester Der jungen Schwester Der komischen Braut Das war Glück Da war natürlich gerade Dr. Eggelsworth Ich ziehe hier oben Erstmal den Sticker ab Und da ist natürlich noch eine Schwester Nun gut Ich würde sagen Ich beende erstmal hier den Part Und ich würde mich freuen Wenn ihr weiterhin meine Let's Plays So gut anschaut Wie Wie es jetzt tut Und wir sehen uns beim nächsten Mal Und es heißt Let's play Stick it To the man Bis dann Und auf Wiedersehen